Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 11.06.2020 um 7.41 Uhr und heute ist ein ziemlich verregneter Tag. Ich glaube, es hat mittlerweile aufgehört, aber es hat scheinbar stundenlang geregnet, was gut für die Natur ist, gut für die Pflanzen, gut für die Bäume. Und mal gucken, ob ich einen Schirm brauche. Ich gehe nachher ins Büro. Um 9 Uhr ist heute ein Workshop, an dem ich teilnehme. Und dann nehme ich wohl sicherheitshalber mal einen Regenschirm mit, falls es dann doch nochmal anfängt zu tröpfeln. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Es ist, wie gesagt, Donnerstag, zwei Tage noch, dann ist es schon wieder Wochenende. Und die Woche war bisher ganz angenehm. Also Arbeit lief, privat ist auch alles gut. Die Streams waren alle samt ganz angenehm und jetzt ist erstmal zwei Tage Ruhe. Heute und morgen streame ich nicht. Und Samstag geht es dann mit Days Gone weiter. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Heute Abend ist Playstation-Event. Sony stellt wahrscheinlich die Spiele zum Release von der Playstation 5 vor und sagt vielleicht was zum Preis. Und wann die Playstation dann rauskommt. Und ja, das ist es eigentlich. Mal gucken, ob wir heute Abend vielleicht wieder eine Runde Gremlins spielen. Gestern haben wir ja von 8 bis halb 10, ja, irgendwas in dem Dreh, Gremlins gespielt. Da war der Leon und der Benni und die Muschel und die Lötke dabei. Und ich habe nur ganz knapp verloren. Ich habe, glaube ich, 5 Punkte gehabt und dann der nächste war schon bei 10 oder 11. Dann waren 16 und 23, ja. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wer weiß das schon. Ansonsten würde ich einfach sagen, halten wir es heute kurz und knapp. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Drückt mir die Daumen, dass der Workshop gut wird heute. Und wir da auch einigermaßen gut durchkommen. 6 Stunden sind angesetzt, also von 9 bis 15 Uhr. Mit 3 Pausen. Das ist schon krass. Also eine große und 2 kleine Pausen zwischendrin, wo dann desinfiziert und gelüftet werden muss. Das sind irgendwie die neuen Hygieneauflagen zu Zeiten von Corona. Und das macht so Meetings, Workshops ein bisschen schwieriger, glaube ich. Oder anstrengender für das Drumherum, für die Organisierung zumindest. Gut, das ist es von mir. Also, dann habt einen wunderschönen Donnerstag. Wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Ich versuche es morgen dann wieder ohne Mütze. Wir gucken mal, ob mir das gelingt. Also, bis dann. Habt einen schönen Donnerstag und bis bald. Tschüss.